So, hallo Liu, meine lieben Freunde, ich hau direkt mal hier tausender Booster rein, denn wir machen jetzt ein bisschen Leveling hier. Und yo, let's go. Ein bisschen Powerleveln, jetzt hier und hier und jetzt, weil wir, also ich wollte jetzt ein bisschen schnell hochkommen. Und ja, Digi Aura ist ja drin und läuft alles richtig ziemlich gut, wie ich finde. Und wie viel kriegen wir denn pro Mob? Ja, dat ist geil. Dat ist doch sexy. So, dann hab ich noch, wie ihr seht, ein Archiv und 14 Inventoryplätze. Was auch ziemlich nice ist, weil dann können wir unser Inventory erweitern, wie man natürlich weiß. Und ich habe alle Daten zusammen für das Hedgen von den dreien plus ein Archiv. Also, das heißt, ich kann alle Hedgen. Äh, ja, ein guter Start ins Wochenende, würde ich sagen. Danke nochmal hier, Asuka, für die Daten, die du mir gegeben hast und so. Also, auf jeden Fall ziemlich hilfreich von dir. Das ist ganz schön nett von dir gewesen. Und ja, wir machen jetzt mal hier ein bisschen Leveling. Weil wir wollen aufs Mega-Level natürlich kommen. Bis 46 wollen wir ja levelen. Was ziemlich geil wäre. Aber, ihr kennt ja das alte Spielchen. Dieses, ich treffe nicht. Ja, ich treffe nicht. Weil wir noch ein zu geringes Level haben. So, ich habe Booster an. Natürlich habe ich Booster an. Man muss ja auch mal ein bisschen vorankommen jetzt. So, Thema Level schon mal ab. Thema Level immer gut, ohne Witz. Thema Level ist immer gut zu gebrauchen. Auf jeden Fall. So, auf 34 sind wir jetzt schon mal. Das ist doch nice. Hier geht die Party ab. Die Party geht ab. Und unser Thema Level geht auch hoch. Guck, wir kriegen pro Ding in Start-Down 3%. Mann, das ist... Okay, wir kriegen jetzt hier 3. Und wir kriegen jetzt, boah, 9%. Das ist schon hardcore. Also, Thema Level können wir erstmal jetzt richtig fett. Aufleveln, ey. Also mit... Boah, und hier ist ein Spawny. Oh mein Gott, Alter. Das ist so geil. Locker easy jetzt Level 41. So, was ich noch verkünden wollte, ist... Dass ich... Ich habe, wenn ich ja Gabumon und so hatche... Dass ich die nicht mit euch trainieren werde, sondern dass ich die Ostkling trainieren werde. Also, dass ich die selber leveln werde, ohne dass ich das jetzt aufnehme. Weil ich meine, ich muss ja jetzt nicht nochmal... Dann aufnehme, wie ich die nochmal Dingens hier... Level und so ein Zeugs. Ich wollte jetzt einmal mit Leomon einmal komplett hier durchrushen und so. Und, äh... Ja, Agumon, Gabumon, Ryudamon und Impmon und so Zeugs werde ich hier auf dem Account Offscreen trainieren. Und dann, wie gesagt, wieder so Infovideos machen, was dann wieder auf den... Also, was hier passiert ist, was ich gemacht habe, Offscreen und so. Weil dann kann ich auch ein bisschen mich Offscreen hier drum kümmern, weil manchmal habe ich auch gar keine Lust, irgendwie aufzunehmen oder so. Ich hoffe, ihr versteht das. Dann möchte ich einfach nur mal in Ruhe leveln und so. Also halt andere Digimons. Also, Alecmon werde ich jetzt natürlich bis, äh... Ja... Bis das Let's Play vorbei ist. Wer weiß, wie lange das wieder dauert. Vielleicht auch wieder 200 Parts wie auf Babamon. Wer weiß da schon. Auf jeden Fall 125% Alecmon. Äh, ich weiß auch nicht, äh... Ohne Witz. Es macht momentan so Spaß hier, ne? Die Gilde ist richtig krass drauf, also lustig drauf, äh... Die neue und... Ja, die Leute hier sind auf jeden Fall... Tausendmal... Was heißt tausendmal anders? Aber sind auf jeden Fall anders wie die, äh... Auf Babamon irgendwie, wie ich finde. Also hier ist alles ein bisschen netter. Und ich denke mal... Hier werde ich jetzt erstmal eine Zeit lang bleiben. Meinen Hauptaccount vernachlässig ich hier natürlich nicht. Da werde ich zwar auch noch ein bisschen drauf spielen, aber halt nicht mehr so aktiv wie... Ja, wie auf Babamon, äh... Wie auf Leviamon. Aber irgendwie killt der hier kaum, ey. Das ist scheiße. So, Time Level 22 auch schon wieder. Mein Gott, ey. Das geht jetzt ab hier. Das ist richtig geil. Also wir machen jetzt schon mit F1. 1100 und die ist schon full geupdatet. Dort heißt, wir können jetzt unsere Ice-Foes hier, unsere Juken... Können wir später jetzt skillen einmal. Oh, ich hasse mal diesen 1% und dann trifft der nie, ey. Boah. Los, hau rein jetzt, komm. Oko, jawohl. Jetzt geht's hier rund. Jetzt hat er den Dreh raus. Oder? Ich will nichts Falsches sagen. Da, der müsste sterben, oder? Ja. Oder schon 36. Der tötet... Der Asuka tötet schneller als ich, ey. Der skillt, macht die ganze Zeit bestimmt Skills. Unfair. Unfair, unfair. Der ist doch schon... Er ist jünger als ich. Ich bin schon ein alter Mann dagegen. Er kann schneller die Tasten drücken. Aber hey, wir kommen... Wir kommen... Es geht voran. Also, es geht schnell voran. Und ich wollte jetzt auch mal full Power geben, weil ich mein... Die ganze Zeit jetzt immer nur, äh... Das gequestet zu zeigen, ist auch ein bisschen blöd. Und wie gesagt, ich mach das dann mit... Nimm einen anderen Digimon mal irgendwann... Damit dat... Ja, damit ich auch dat mal zeig. Weil ich wollte gerne noch questen. Aber halt jetzt die ganze Zeit zu quest, ist auch ein bisschen doof. Gibt dat nicht. Dat gibt dat einfach nicht. So, jetzt haut den weg, komm. Ein Prozent. Ich raste aus. So. 36 und er ist wahrscheinlich jetzt gleich schon 37. So lahm wie ich bin. Wahrscheinlich kriegen wir auf Thermalvl 30 wieder schöne, schicke Geschenke. Kann ja sein. Komm, wir können auch Powerlevel machen. Wir können auch volle Pulle geben. Ja, komm. Gib voll Gas. Ich warte nur noch darauf, bis er wieder auf... Bis er wieder Level abkriegt, hier doch. Gut, die gibt 16 Prozent. Also könnten wir theoretisch noch eine machen, dann wäre der tot. Ja. So, Thermalvl 23. Ich hab wohl drei Thermalvl schon oben. Am Wochenende wollte ich so Thermalvl 50 kommen. Werden wir auf jeden Fall schnell schaffen, denke ich mal. Wegen, äh, ja... Der File Island Quests, die wir jetzt... Im späteren Verlauf bekommen, in zehn Leveln. Und zehn Leveln können wir nämlich auf File Island. Okay, wir können eigentlich schon früher dort drauf, aber... Ja. Das machen wir jetzt mal hier locker easy. Bababam, bam, bam, bam... So. Hau drauf jetzt hier. Bam, 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 bam. Ist er schon 37? Nein, ist er nicht. Das heißt, wir sind noch gut im Rennen. Wir können ihn noch schlagen. Wir können ihn noch schlagen. So, jetzt nochmal hier Königs Faust. Hier, komm, bam. Nein, er ist 37. Nein, hätte ich doch bloß nichts gesagt. Hätte ich doch bloß nichts gesagt. Oha, wir sind gleich tot. Komm schon. Warum kriegen wir jetzt nur noch so wenig? XP. So, und hier sind wir mal den hier. Zack. Wie viel Geld kriegen wir hier eigentlich? Und in Team 20B. Süß. Mann, das ist so ungewohnt, so wenig Geld zu haben, ne? Da muss man sich erst mal wieder dran gewöhnen. Aber das wird schon wieder. Das wird schon werden. Das wird schon werden. Aber wir sind gleich schon wieder Thema-Level-Up, ey. Das geht ja hier rucki-zuck, ey. Rucki-zucki geht das. Aber unsere Bananen sind gleich leer. Boah, ich hab schon wieder nichts hier ausgemacht. Steam. Boah, ich vergiss das jedes Mal, ey. Oh, nochmal. Hidu-Köber. So, 37. Auch jetzt hier. Jawohl, wir kommen locker. Vielleicht kommen wir ja auch. Ne, ne, ich denke mal im nächsten Part jetzt Mega-Level. Ich denke mal, es ist im nächsten Part. So, bam. Aber dafür sind wir jetzt gleich wieder Thema-Level-Up. 25 jetzt gleich. Oder wir kriegen schon noch 25 was. So, Thema-Level-24, jawohl. So, jetzt kann ich jetzt mal wieder das Tief einsetzen. Hey, ho. Nochmal ein Eventory. So. Okay, kann ich benutzen jetzt gerade, weil ich im Battle bin. Moin Gott. Was macht er denn? Jetzt kann ich es nicht benutzen. It's not available in the moment. Fünf Minuten geht die Folge noch. Ja, ist klar. Jetzt kann ich es doch immer nicht mehr benutzen. Los, jetzt hauen wir sie alle weg hier. So, hau den weg. Und nochmal hier, los, hau drauf hier. Aber hier ist auch nichts los, ne. Auf Babamon, wir am Wochenende jetzt hier Full-Party gewesen. Also Full-House hier. Ach, Mann, ey. Dieses Scheiß-Steam die ganze Zeit jetzt hier, ey. Die können sich auch nicht entscheiden, was die spielen wollen, ey. Die Leute hier. Naja, no problem. Boah, wir sind ja schon wieder Thema-Level-Up, ey. Heftiger Shit. Kein Ding, kein Ding. Und nochmal Heduken, bam. Ja, ja, wir kriegen zwar hier Eierschalen, aber die bringen jetzt auch nicht so viel. Weil wir nicht so viel droppen. Na, guck mal, können wir hier noch ein bisschen unsere Eis-Faust hier skillen. Hauser einfach alle weg. Komm, auf 38 will ich mindestens noch kommen in den Part. Ja, komm, war aber locker easy. Locker easy schaffen, Ballad. Sogar noch, vielleicht Hälfte, fast 39. Wenn wir jetzt noch Gas geben, aber ich denke mal schon. Was? 99%? Das geht doch gar nicht. So. Und Thema-Level gleich auch. hoopLevel 38, das ist sehr gut. Also nur 3 Level, Leute. Dann geht die Party auch hier ab. Dann sind wir endlich mal Mega-Level. Thema-Level 25. das geht momentan richtig steil hier hey in 20 thayman event können wir ein Ding ins ins Entrance jetzt gibt es wieder 172 b da 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 und wir haben noch 18 minuten booster das sieht gut aus aber hier sind keine Rabbids keine Rabbids jetzt trifft er nicht was ist denn das jetzt nochmal hier so zack da ist er weg so wie ich das sehen ja komm direkt den nächsten so skill level 3 wir können wieder der ist ja max level ja jetzt haben wir alle voll jetzt machen wir ja guten Schaden da oh schnell heilen sonst sterben wir und schon wieder 40% hey oi der würde die Woll hinten fasst also mit einer 2er Combo locker easy aber der trifft ja kaum da da bam boom 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 so nächster kaputt jawohl jawohl so wie ich das sehen so wenn wir das besehen so wenn wir das besehen komm ich bleib jetzt noch so lange im Park bis wir hier level up haben auf 39 würde ich jetzt sagen ist ja nicht mehr lange das dann machen wir nochmal eben das ja das sind ja 80% auch ich hoffe da glaube ich sogar 9 in 15 minuten ein level up zu bekommen wenn ich jetzt recht behalte ok sieht nicht danach aus aber egal ich mache noch bis 39 das steht fest oh da haben wir einen neuen de 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 bum 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 ach komm hau rein nach dem Mob so ich hoffe doch oder ja jetzt so Thema Level 26 und Thema 39 und dann würde ich sagen meine lieben Freunde war es das für den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Leute Ciao